Let's call it in the Crossfire Let's call it in the Crossfire Yo Der Sieber-Replikator wurde zerstört. Das hier haben wir in der Nähe gefunden. Danke. Sie würde sich geehrt fühlen. Meine Brüder und Schwestern. Ich werde euch wiedersehen. Eines Tages. Du hast sie mir zurückgegeben. 308er, 308er Schwerter. Nein. In unserer Waffenkammer gibt es viele davon. Doch dieses ist neu. Es gehört dir, Wölfling. Waren bitte von Scherz. Dir beginnt eine neue Generation. Nimm deinen Platz als eiserner Lord ein. Ja, cool. Das war so die Story. Schwert finde ich schon ganz gut. Mal gucken, wie es aussieht. Mal gucken, was noch kommt. Starten wir jetzt auf den Gipfel, oder wo starten wir jetzt? Kannst du mir nicht mal abwarten. Ja, und viele sind unterwegs, sind die jetzt halt länger. Komm schon dazu. Gibt's doch nicht. Schneller, 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 schneller. Oh. Gibt's doch nicht. Hier geht es um mehr als nur eine Suche nach Ehre. Aber ich sehe noch nichts. Lösung von schweigendem Reiserbeutelzug wird bestätigt. Was soll das denn jetzt hier? Äh. Jetzt. Doink. Ah, das Würflingsgeheul. Cool. Mit 340. Okay, wir müssen uns angucken hier. Fett. Mit Sua Solar. Oh, fuuuh. Schwertschlag. Nutzer, so. Ne, ist das auch anders. Temporiertes Licht, verbesserte Rüstung beim Führen des Schwerts. Schwertscheide, erhöht die Schwertscheide-Munitionen, oder? Ah, hier und Flammen. Ah, cool. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, das sieht ein bisschen langweilig aus, das erste. Im Feuer gesteht, das sieht ja nicht ganz cool aus. Aber prinzipiell. So, wie es eigentlich aussieht, sieht es eigentlich am besten aus. Ah, fett. Hier sieht es auf dem Rücken aus. Rüe. So, müssen wir das abholen. 13. Ich habe keine Ahnung, das ist erstmal drinne. Erstmal überall noch ein paar Sachen annehmen hier. Quest abschließen. Du bist schon etwas besonderes, Hüter. Trophäe, okay. Quest annehmen. Was kommen wir jetzt für die Quest? Aufstieg des Eisens. Das Erwachende Eisernen Lords, ich habe ein Bucheintrag für Bücher geschlossen. Weiteren Test unterziehen, Hüter? Die Macht der Eisernen Lords erwartet dich. Solltest du siegreich zurückkehren. Okay. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen, dann kann ich wieder irgendwas holen oder anmachen. Ich habe hier etwas über den hohen Priester. Auch eine Priester nehmen, okay. Wir müssen jetzt gegen ihn anrücken. Oder es kann zu spät sein. Die Präsenz der Hüter in den verseuchten Landen ist der Schlüssel dazu, die Spleißer in Schacht zu halten. Die Po-Schlüssel habe ich noch nichts gekriegt, ne. Ich sehe. Echt? Ich sehe gleich nach. Ah, sie war die Po-Schlüssel, habe ich auch gekriegt, ja. Ist in einem Postkasten gelandet. Wird verwendet, um Siva-Depots im Zorn der Maschine-Raid zu öffnen. Aha, okay. Also erst beim Raid. Ah. So, was weiß ich hier. Ich habe nicht. Gucken, was gibt es denn hier alles für Quästen. Wandern in verseuchten Landen. Ah, schieße Patrouille in den verseuchten Landen ab. Okay, Patrouille abgeschlossen. Kill-Patrouille abgeschlossen. Attentat-Patrouille abgeschlossen. Container, was gibt es denn da sonst so? Ist aber Nummer 1 nur. Okay. Entzeichnende Stärke. Die verseuchte Lande zurücknehmen. Die verseuchte Lande zurücknehmen. Okay. Eliminiere Gefallene. Okay. Covix-Sünde. Böses Blut schließe diese Mission in verseuchten Landen ab. Böses Blut abgeschlossen. Ja, mal gucken. Strahle des Lichts. Verweise, dass du in der Macht Eisern loswürdig bist, indem du in alle Taten. Okay. Das ist Echoes der Vergangenheit. Okay, welche Patrouille ist denn das? Also, warte mal. Erstmal das Buch. Erstmal. Erstmal ein Buch gucken. Was haben wir hier gerade? Haben wir gerade... Na. Würde ich auch sagen. Gut. Wollen wir gleich die Quest mit der Galauen. Aber erstmal Pause. Hege den Drachen. Bis zum nächsten Mal.